Willkommen Leute zu einem neuen Let's Play von Freak'n Free nach langer Zeit. Wir spielen Worms Reloaded. Genau, es ist gerade so auf den Markt gekommen. Ja, ich großer Worms Fan, er bestimmt auch. Und wir zocken jetzt einfach grad noch Multiplay. Wir haben uns gerade einmal ganz kurz angezockt und uns für die Grundfunktion vertraut gemacht. Wir zocken einfach mal von One gegen One, es lädt schon. Und jetzt suchen wir uns einfach noch eine Map aus. Jo, man kann nicht schön die mehr erstellen. Die ist generell scheiße. Jo, auf jeden Fall. Nee, du kannst ja nicht machen mit dem Kontrollen. Das ist okay. Oder scrollt anscheinend automatisch. Oder hast du irgendwas gemacht? Du machst doch was. Nein! Ich mach nichts mehr. Nehmen wir denn. Wir sehen jetzt mal was. Nehmen wieder ähm... Ne, nehmen wir was anderes. Nicht so schnell. Ja. Okay, das ist... Kannst du raussuchen? Kannst du auch mal? Ne. Okay, es ist eine längliche Map. Wir wissen gerade nicht, wie wir das einstecken. Und wir sind ja noch... ...fresh und new in diesem Game. Nicht so viele. Doch, das muss ich. Ach, nicht nur. Das ist ja... Okay. Jetzt... Bitte. Aber das sieht doof aus. Ah, hier kann man den Typ einstellen. Ah! Wir haben was raus. Wollen wir das rummachen? Das ist doch geil. Na, es ist vielleicht schon rausfliegen. Wir wollen ja auch ein bisschen... Aber ich würde oben eine freie Decke haben. Ja, das... So hab ich das aufgedacht. Okay. Okay. Wer fängt an? Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Okay. Der Solo fängt an. Jo. Ich wähle... Gibt es hier auch Baseballschläger? Warte, Brenner... Gibt es hier Baseballschläger? Siehst du den? Nein. Nee? Nee. Ach, es sind zwei Zügen. Naja. Ich natürlich bin überhaupt nicht fies jetzt. Ja, toll. Guck mal, das ist immer so. Wann wenn du anhängst... Was? Ja, aber... Bestimmt steht mal ein paar meine Würmer auch so. Hurre. Hier, der Controller. Ich habe auch Schaden bekommen. Nein! Meine Smiley bisschen traurig ist gar nicht fit. Hallo. Ihnen ist okay. Ich bin doch so mitbegegen, was denn? Wenn ich den im richtigen Winkel treffe... Den treffst du nicht im richtigen Winkel. Tut mir leid. Du wirst das verkacken. Hast du so eine Schwierigkeit mit deiner Kontrolle? Nein, früher sind die viel mehr geflogen. Scheisspiel. Geflogen? Du hast voll aufgeladen, du Depp. Ich meine, die Typen sind mehr geflogen. Ja, toll. Und dann beschwerst du dich. Warte. Ja, okay. Ah, das ist ja schön. Du pick dich. Ähm, beim Viereck. Beim Viereck. Beim Viereck. Warte, warte. Wieso ist das alles so schnell verfügbar? Wie lang kann ich fliegen? Wie lang kann ich fliegen? Wie lang kann ich fliegen? Ja, nicht mehr lang. Ja komm, tu. Du brauchst doch einfach aus. Das wird hier zwar vernichten sein, aber ich will nur bis zum Ziel. Ja, mach. Boom! Nein! 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 156! Scheiße! Geil! Gar nicht geil! Was? Wiederholung! Ey, das ist ja geil! Such mal der Tasse. Nee, lass uns noch mal sehen. Ah, komm! BOMB! BOMB! Du bist fies! Ja, das musste sein. Tu nichts Falsches, mein Freund. Ja, warte. Wie geht denn? Kannst du mir eben sagen, wie Jetpack funktioniert? Du musst mit den Richtungslasten steuern. Du drück einmal R1 und du musst mit den Richtungslasten steuern. Er ist ein Post. Ah, das ist Fail. Das Spiel ist scheiße. Nee, ganz ehrlich, das Spiel ist scheiße. Man kann sich hier durchkramen, das weiß ich. Ja, dann kann ich ja nichts anderes mehr machen. Wo ist Luftangriff? Noch nicht verfügbar, glaube ich. Ey, da! Wo? Ich weiß nicht, was so Bunkerbombe ist, ganz ehrlich. Du bist auf jeden Fall frei. Ja, deine Fresse. Haha, wieso bist du so aggressiv, du? Weil jetzt schon mir das ganze Spiel versaut ist. Gar nicht. Okay. 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 Boah, wir konnten, das konnte ich mir überhaupt nicht denken, dass du das machst. Was ist das, was? Boah! Boom, Baby! Wunder. Ja, ich bin da sowieso fast und... Ja, warum nicht? Ja, einfach nur Spaß! Ja, Mann! Krieg und Gewalt. Ja... Ich wette, ich sterb nicht. Ich sag's. Doch. Da hat er das Ziel verfehlt. Ja, ich hab nicht verfehlt. Das neue Worms ist einfach scheiße. Das ist es gar nicht! Das ist richtig geil! Bist nur zu blöd, wirst du spielen! Okay, wen töte ich denn? Ah, Tim! Benzinbombe! Teleporter! Wow, Teleporter! Schöne Waffen, ohne Scheiß. Bei Armageddon oder so? Nein! Nein! Das müssen wir uns kaufen im Shop! Ich möchte Benzinbombe! Ich will einfach mal wissen, wie das was jetzt macht! Okay, Wind auf meiner Seite! Ja, mach! Ja! Ja! Scheiße! Ich muss den überall anzuprobieren! Zum Kotzen! Das ist jetzt irgendwas, was ganz viel Charme macht! Mit dem war ich doch noch Jetpack, ne? Mhhh... Nein! Toll! Das macht doch viel Charme! Ach, ich weiß nicht mehr! Ich könnte aber auch nur 25 machen! Ich meine, du kannst zweimal schießen! Nicht zu nah ran! Aber schnell! Und nochmal! Und ich kann nur einmal schießen! Was? Äh! Was? Eko! Ja, jetzt bin ich tot, jetzt weiß ich! Ich hab doch gesagt! Du kannst zweimal schießen! Das habe ich auch getan! So, jetzt mein Liebes Wachenspiel! Ob ich dich da jetzt hochkrieg? Nein! Ja, ich kann auch noch mal schießen! Feuer! Es brennt! Sack! Bäh! Ich hab ihn weg! Eke kieße? Ich hab aber auch Timm oder was? Ich weiß nicht! Ich komm dann sowieso nicht mehr weg! Oh, du bist auch schnell zu treffen! Fink deine Mutter. Bist du nicht so der Worms? Zocker. Oder? Und da ist noch Tom. Ja, da stimmt jetzt auch. Na, halt, wie kommst du da drauf? Weil ich einfach... Bunkerbunker. Ja, mach doch. Oh. Cool, 30 Schaden. Ja. Ja. Sorry. Ein Wurm lässt. Kann Tim das noch rumreißen? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß.